Willkommen zur 40. Folge Brettspiel-News Solo. Ich bin Johannes und in dieser Folge rede ich wieder kurz und knapp über 15 unterschiedliche Solo spielbare Spiele. Ich habe in den letzten Wochen wieder einiges Solo auf den Tisch gebracht und da nicht alle Spiele Platz in den Folgen mit Gästinnen haben, rede ich hier einfach über 15 Spiele. Ich habe die Spiele nach Komplexität sortiert, also einfach bei BoardGameGeek geguckt, welches ist das am wenigsten komplexe Spiel laut den BoardGameGeek-Usern und welches das komplexeste. Und dann würde ich sagen, starten wir auch einfach direkt. Los geht es mit einem kleinen Kickstarter, den ich mitgemacht habe, nämlich Nine Minute Kingdom. Das ist ein Lego- und Drafting-Spiel. In dem Spiel draften wir uns eine Landschaft aus quadratischen Karten. Ein 3x3-Raster erstellen wir im Laufe des Spiels und auf den Karten sind in unterschiedlichen Kombinationen und Layouts verschiedene Landschaften. Es gibt vier unterschiedliche Landschaftsfarben oder Typen. Die haben auch safe alle irgendeine Bezeichnung, die ich natürlich nicht weiß. Es gibt was rötliches, was grünliches, was bläuliches und noch, ich glaube, sowas gelbliches. Und auf den Landschaften sind außerdem unterschiedliche Symbole und es gibt bestimmte Ziele, die man erreichen kann. Im regulären Spiel konkurriert man, wer die Ziele am besten erfüllt hat. Im Solospiel hat man drei Ziele, die man erfüllen muss, damit man Punkte bekommt. Generell kriegt man Punkte, wenn man möglichst lange Straßen bildet. Also auf den Karten werden die unterschiedlichen Landschaften durch so weiße Straßen getrennt. Wir kriegen pro Landschaft wählen wir unser größtes Feld aus, beziehungsweise nicht das größte, sondern das Feld mit den meisten unterschiedlichen Symbolen. Und je nachdem, wie viele unterschiedliche Symbole in einem Gebiet einer Landschaft sind, kriegt man Punkte und dann spielt man das halt relativ schnell runter. Ja, das ist kein Echtzeitding. Wegen Nine-Minute-Kingdom-Solo spielt sich das auch schneller. Es gibt, das ist ganz spannend, also die Kickstarter-Box ist nicht so klein, wie man sie gedacht hätte. Also ich hätte auch gedacht, es hätte theoretisch vom Grundding ja fast, nee, Buttonshy ist zu viel, dafür ist es zu viel und zu große Karten. Auf jeden Fall ist die Box rappelvoll mit ganz vielen Varianten. Es gibt Koop-Varianten, es gibt zusätzliche Karten, es gibt eine Echtzeit-Variante, also da ist super viel Varianz drin. Spielt sich super flott, hat eine sehr klare Ikonografie. Auch was diese unterschiedlichen Aufträge angeht, da ist sehr, sehr viel drin. Was ich ein bisschen schade finde, auch für den Solo-Modus oder für den Koop-Modus, das ist alles nur Highscore. Ich glaube, dass ich mich mal über Highscore beschwere. Ich glaube, ich hätte mir irgendwie gewünscht, wenn man ähnlich wie bei zum Beispiel zuletzt Guild of Merchant Explorers gesagt hätte, diese Ziele für den Solo-Modus, die sind nicht optional, sondern die muss man machen, um das Spiel zu gewinnen. Ja, ich habe das inzwischen acht Mal gespielt, auch ein paar Mal zu zweit mit Rebecca im regulären Spiel, aber auch in der Koop-Variante. Koop ist das eigentlich ganz clever, da draftet man Karten, nein, man draftet keine Karten, sondern man hat eine gemeinsame Kartenhand, die man immer hin und her gibt und halt versucht, diese Ziele zu erfüllen, um eine möglichst gute Punktzahl zu erreichen. Ist ein kleines, schnelles Spiel und hat ganz viele Varianten, die ich auf jeden Fall noch ausprobieren möchte. Dann geht es weiter mit einem Flip and Ride, das Debbie in der Highlights des Halbjahres-Folgen empfohlen hat, nämlich Next Station London. Da müssen wir unterschiedliche Metro-Linien verbinden und das machen wir über vier Runden mit bunten Stiften und jede Runde nutzen wir einen anderen bunten Stift. Und das ist ein super simples Roll and Ride, also kein Roll and Ride, sondern wir haben Karten, Flip and Ride, wir decken Karten auf und wir starten an einer bestimmten Station und gucken dann auf den Plan, auf der Karte, die aufgedeckt worden ist, ist ein bestimmtes Symbol, können wir da was verbinden, wollen wir da was verbinden und dann müssen wir halt Linien verbinden und bestimmte Punkte erreichen. Das bringt uns Punkte, wenn wir bestimmte Distrikte erreichen, aber auch, wenn wir möglichst viele Stationen innerhalb eines Distrikts verbunden haben. Es gibt außerdem noch so zwei kleine Module, die so ein bisschen komplexer machen. Jetzt nicht wirklich kompliziert oder komplex, aber die bringen ja noch so ein bisschen zusätzliche Würze rein, denn bekommt man pro Runde für jeden bunten Stift nochmal so eine Sonderfähigkeit und so bestimmte Zielkarten, die kann man spielen. Ist super schnell gespielt, hat super simple Regeln. Ich mag die Idee mit den unterschiedlich farbenen Stiften auch, dass über diese Runden, wir dürfen halt nicht Linien überkreuzen, die wir schon aus vorherigen Runden oder auch in der gleichen Runde eingetragen haben. Und da muss das echt so ein bisschen knifflig, da muss man so ein bisschen überlegen, was ein bisschen schade ist. Es gibt bei den Karten reguläre Karten und es gibt so vier rote Karten und wenn alle vier roten Karten aufgedeckt worden sind, dann, oder sind das fünf rote Karten? Ich glaube, es sind fünf. Ich bin mir nicht ganz sicher. Auf jeden Fall ist dann die Runde vorbei. Das heißt, theoretisch kann eine Runde schon nach fünf Karten vorbei sein oder es werden alle Karten aufgedeckt und das ist dann ein bisschen zufällig. Dadurch kann halt ein Spiel, kann man super viele Punkte bekommen, weil man viele Möglichkeiten hat, was zu verbinden oder eben weniger, weil man gar nicht so viele Möglichkeiten hat, was zu verbinden. Aber insgesamt habe ich fünfmal gespielt. Ist einfach ein schönes Flip and Ride. Ist bei Blue Orange erschienen. Kommt in so einer schönen Magnetbox. Sieht schick aus. Also ist wirklich so ein nettes Roll and Ride für zwischendurch, was knifflig genug ist, als dass ich es aktuell noch in der Sammlung behalte. Weiter geht es dann mit einem etwas kuriosen Spiel, würde ich sagen, nämlich Baraka. Das ist ein Kartenspiel mit einem Memory-Aspekt. Wir haben Karten mit sehr schönen Mustern, die erinnern uns ein bisschen an Azul, würde ich sagen. Und die Karten haben Werte von eins bis fünf und es gibt auch eine Karte. Es gibt Karten, die einen Joker haben für jede der Farben und wir ziehen Karten und legen die dann in unsere Auslage. Der Kniff ist, wir wollen für jede dieser Reihen, für jede dieser Farben fünf Karten haben, die alle unterschiedliche Werten, also unterschiedliche Zahlen haben. Also wir wollen Zahlenreihen haben. Eins, zwei, drei, vier, fünf. In jeder Farbe kann dann eine dieser Karten auch durch so einen Joker ersetzt werden. Wenn wir die erste Karte legen einer Farbe, meinetwegen ich ziehe eine grüne Fünf, dann lege ich die da hin. Und dann weiß ich ja, da liegt eine grüne Fünf. Wenn ich dann eine neue Karte auf den grünen Stapel lege, dann muss ich das so, also kann ich so hinlegen, dass ich weiß, wie viele Karten da liegen, aber ich muss die grüne Fünf überdecken. Und da liegt dann meinetwegen eine grüne Drei drauf. Und da muss ich mir halt merken, okay, da liegen jetzt bei Grün eine Fünf und eine Drei. Gleichzeitig muss ich mir natürlich auch noch merken, dass bei Gelb eine Eins und eine Zwei liegen, bei Rot eine Zwei und eine Vier und bei Blau ein Joker und eine Eins. Und das ist ganz schön chaotisch. Das ist super lustig irgendwie. Also es sieht schön aus. Auch da gibt es ganz viele Varianten, die man spielen kann, die ich alle noch gar nicht ausprobiert habe, mit zusätzlicher Farbe und anderen Wertungsbedingungen. Theoretisch ist das Ding komplett durchrechenbar, weil Solo zieht man immer zwei Karten und sucht sich dann eine davon aus, die man spielen möchte oder man spielt gar keine, die kommen dann auf den Ablagestapel. Wenn man sehr lange, sehr langsam spielt, kann man natürlich sozusagen sich alles merken. Dann ist es komplett durchrechenbar. Ich glaube, dann macht das auch keinen Spaß. Wenn man das relativ flott durchspielt, also ich spiele es nur unter zehn Minuten, sozusagen zwei Karten ziehen, eine aussuchen, hinlegen, dann hat das so einen Chaosfaktor. Und das ist irgendwie ganz unterhaltsam, weil man irgendwann natürlich den Überblick verliert und nicht mehr genau weiß, Gott, bei Gelb, da liegen jetzt drei Karten. Ich bin mir überhaupt nicht mehr sicher, was da jetzt drunter liegt. Na gut, ich lege nochmal einen Joker rein, weil eine Reihe wird am Spielende gar nicht gewertet, wenn irgendwas doppelt ist. Und es wird auch immer von der Eins her gewertet. Also drei, vier, fünf bringen wir gar nichts, weil ich, es wird immer nur von Eins angefangen. Und da muss man echt, ist schon knifflig, super lustig. Ich habe insgesamt schon achtmal gespielt. Ist jetzt nichts Besonderes, aber es ist irgendwie, also doch, es ist was Besonderes, aber es macht jetzt irgendwie nichts groß neu oder ist jetzt irgendwie super clever. Ich finde einfach, das ist so simpel und ja eigentlich auch stumpf. Das macht aber trotzdem Spaß. Deswegen spiele ich Baraka immer wieder gerne. Als nächstes rede ich mal so ein bisschen über zwei Spiele gemeinsam, nämlich über The Gardens und A Walk in the Park. Das war ein Kickstarter. Die beiden Spiele wurden da zusammen, ja, konnte man zusammen bestellen. Ich habe da nicht beim Kickstarter mitgemacht, sondern habe über Instagram, bin ich da rangekommen. Das eine ist ein simples Legespiel. Das ist The Gardens und A Walk in the Park ist ein simples Roll and Ride. Und thematisch sind wir bei beiden Spielen im Sydney Royal Botanic Garden und puzzeln uns da so eine Landschaft zusammen oder legen uns da unterschiedliche Karten zusammen in The Gardens. Und im Roll and Ride haben wir halt einen Plan, wo wir unterschiedliche Wege einzeichnen. Und The Gardens, da bin ich darauf aufmerksam geworden, weil das von Matthew Dunstan und Brad J. Gilbert ist, die ja The Guild of Merchant Explorers gemacht haben. Und da habe ich mir dann einige Spiele von denen angeguckt. Und deswegen wollte ich mir auch unbedingt The Gardens angucken. Das ist, das kommt in einer relativ großen Schachtel. Also das ist so ein Schachtelformat, wie ihr es von Flügelschlag oder Living Forest zuerst kennt. Also eine relativ große Schachtel. Aber es ist eigentlich ein sehr simples Legespiel. Das Clevere daran ist, wir legen Karten. Es gibt so drei Reihen und wir haben Meeple. Immer wenn wir eine Karte legen, dann bewegen wir den Meeple auf die aktuell gelegte Karte. Wir können immer rechts oder links von der Mitte anlegen. Das ist ein bisschen schwierig zu beschreiben. Und wir haben einerseits Wertungsbedingungen, die sich während des Spiels erfüllen. Also wir können während des Spiels Punkte bekommen, wenn wir die Meeple auf den Karten platzieren. Je nachdem, was für Wertungsplättchen ausliegen. Und es gibt Wertungsplättchen, die am Spielende gezählt werden. Da muss man dann immer ein bisschen überlegen, ja möchte ich diese Karte jetzt spielen, weil sie mir am Spielende Punkte bringt oder weil sie mir während der Partie Punkte bringt. Das sieht super schick aus. Also es hat eine super schöne Optik, finde ich. Das hat tolles Material. Das ist aber auch schon ziemlich überproduziert. Also ich finde, man erwartet bei dem Material und der großen Box ein komplexeres Spiel, als es dann eigentlich ist. Also es ist halt ein kleines, cleveres Legespiel. Aber dadurch, dass es so pompös und elegant und schick aussieht, erwartet man irgendwie mehr. Das macht das Spiel an sich nicht schlechter, aber man muss ein bisschen mit der Erwartungshaltung, ja, man darf halt kein krass großes Spiel erwarten, sondern es ist schon ein simples Legespiel, was mir aber Spaß macht. Und auch, ich habe das hier in Vorbereitung für den Podcast dann nochmal gespielt. Irgendwie hatte ich es nicht so gut in Erinnerung, wie ich es dann doch fand. Also ich finde es halt echt knifflig. Das ist halt super simpel. Solo muss man 100 Punkte erreichen, was ich bis jetzt in, ich habe es bis jetzt 5 Mal, spielt einmal mit Rebecca und dann halt 4 Mal Solo. Ich habe es bis jetzt noch nicht erreicht. Das ist auch schon herausfordernd, die 100 Punkte im Solo-Modus zumindest für mich da zu erreichen. Dann das Walk in the Park, das Roll and Ride dazu. Das habe ich inzwischen wieder verkauft, weil das ist ein Roll and Ride mit einem Würfel, was super kurios ist, weil da hast du halt kaum Möglichkeiten, da irgendwas zu machen. Das war mir zu glückslastig. Theoretisch kann man da halt unzählige Male, das ist mal die Frage, wie wahrscheinlich ist das, aber hatte ich auch eine Partie, wo ich die ganze Zeit immer nur, also da zeichnest du halt unterschiedliche Kreuz- und Straßen ein, mal gerade und mal Kurven. Und wenn ich die ganze Zeit nur Kurven da gewürfelt habe, dann kommt man da kaum weiter und das ist ein bisschen lästig, also habe ich es wieder verkauft. Ja, aber The Gardens wird auf jeden Fall erstmal bleiben. Dann weiter geht es wieder mit einem Legespiel, indem wir uns einen Koi-Teich zusammenpuzzeln, nämlich Kohaku. Das ist auch ein Spiel mit super simplen Regeln. Es gibt einerseits Plättchen mit Kois und es gibt Plättchen mit so Features. Also das können Steine sein, da können Frösche sein, da können Statuen sein und da können Seerosen drauf sein. Und immer wenn wir dran sind, nehmen wir uns, angrenzen ein Koi-Plättchen von der Auslage und eins dieser Feature-Teile und die puzzeln wir dann an und die müssen dann auch wie bei so einem Schachbrettmuster, dürfen nie zwei Koi-Teile nebeneinander sein und nie zwei Feature-Teile. Und nur die Features werten aber halt an entsprechend der angrenzenden Kois und das ist super clever. Also das ist ähnlich wie bei Cascadia, super simple Grundlegeregeln, aber hier super viele Wertungsmöglichkeiten. Sieht auch super schön aus, kommt in einer relativ kleinen Schachtel. Der Solo-Modus ist ganz clever, weil es gibt drei Gegner, die unterschiedlich werten. Also während des Spiels, je nachdem was für Karten aufgedeckt werden, sammeln die Gegner Karten. Also einfach die werden dann zu einem Stapel zusammengepuzzelt und dann guckt man sich diese Karten an und dann zählt man den Gegnern unterschiedliche Punktzahlen einfach zusammen. Und dann hat man halt drei unterschiedliche Gegner, die man schlagen kann und man pro Partie. Und das ist eine schöne Idee. Super verwaltungsarm. Man muss halt am Ende nur ein bisschen zusammenrechnen. Aber das macht mir echt Spaß. Da kommt man leider nicht so gut ran. Ich habe das glaube ich bei einem englischen Shop mir geholt. Und das ist echt ein kleines, cleveres, cooles Spiel, bei dem ich auch sagen würde, ich glaube, wenn das auf Deutsch kommt, das kommt gut an, weil es halt so simpel ist, aber so viele Wertungsmöglichkeiten hat. Habe ich inzwischen neunmal gespielt. Dann als nächstes wieder zu den Flip and Rides. Und zwar eins, was jetzt auf Deutsch schon gekommen ist oder gerade auf Deutsch kommt. Nämlich im Englischen heißt das Journey to the Center of the Earth. Also die Reise bis zum Mittel, die Reise zum Mittelpunkt der Erde. Ein Flip and Ride nach der Geschichte von Jules Verne. Und auch dieses Thema hat mich super geflasht. Ich habe früher immer Hörbücher oder das Hörbuch dazu gelesen von Rufus Beck gehört. Und das hat mich ein bisschen begeistert, das Thema. Ist auch von den Mechaniken her ein simples Flip and Ride. Wir steigen durch einen Vulkan ins Erdinnere ein und wollen einmal den Mittelpunkt der Erde erreichen und dann durch einen anderen Vulkan wieder entkommen. Dafür decken wir immer Karten auf, die einerseits eine Reihe oder eine Spalte zeigen, wo wir was eintragen dürfen. Und andererseits auf den anderen Karten sind dann Graden oder Kurven oder bestimmte Symbole drauf. Wir können im Laufe des Spiels Pilze, Fische oder Knochen sammeln. Außerdem haben wir eine Wasserflasche, die wir auch immer wieder auffüllen müssen, damit wir überhaupt weiterspielen können. Und das ist ein ziemlich cleveres Spiel. Es fühlt sich vor allem, finde ich, sehr frisch an und anders als andere Roll and Ride Spiele. Gerade weil wir auch nicht angrenzend einzeichnen, sondern immer, was die Karten uns vorgeben. Es gibt auch noch so Monster, da müssen wir dann so, da müssen wir Plättchen ausschraffieren. Also die, da können wir dann nichts mehr machen. Und wir haben halt auch die drei Hauptcharaktere aus dem Buch. Otto, Axel und Hans. Die haben alle eine bestimmte Fähigkeit, die wir einsetzen können. Aber je häufiger wir diese Fähigkeit einsetzen, desto mehr Minuspunkte bekommen wir. Und da muss man echt immer überlegen. Das ist natürlich auch krass glückslastig. Also manche Partien sind super gut gelaufen bei mir, andere sind super schlecht. Aber das fühlt sich echt knifflig an. Habe ich insgesamt schon acht Mal gespielt. Das Spiel ist auf zwei Wertungsblättern. Hätte es eigentlich überhaupt nicht gebraucht. Aber durch die Optik, also es sieht echt cool aus, auch die Karten, bringt das nochmal Stimmung her. Weil diese Wertungsblätter sehen halt so aus, als würde man das in einem aufgeschlagenen Buch eintragen. Und das ist auch eine coole Idee. Außerdem diese zwei Kartenstapel, die wir haben, die sind unterschiedlich, da sind unterschiedlich viele Karten drin. Wenn ja eine Kartenstapel leer ist, müssen wir immer ein Wasser verbrauchen, unsere Wasserflasche. Gleichzeitig werden dann aber auch die Fähigkeitenkarten erneuert. Wenn wir die eingesetzt haben, werden die sozusagen verbraucht oder durch bestimmte Karten. Und wenn der andere Stapel leer ist, bericht ein Vulkan aus. Und im regulären Spiel kann man dann da halt nicht mehr lang sozusagen. Im Solospiel werden dann so bestimmte Bonuspunkte weggestrichen. Und genau. Ziel ist es auf jeden Fall, man muss das Mittelpunkt der Erde erreichen. Wenn man innerhalb der Partie nicht mehr genug Wasser hat, dann endet das Spiel auch sofort. Ist mir auch schon passiert. Ja. Einfach ein cooles Flip and Ride. Guckt euch das mal an, jetzt gerade, da es auf Deutsch auch rausgekommen ist. Dann weiter mit einem Kartenspiel mit Naturthemen. Naturthemen sind beliebt, aber Mr. Cabbage Heads Garden ist tatsächlich schon etwas älter. Das ist ein Spiel, in dem wir uns einen Gemüsegarten, ja sozusagen zusammen liegen aus unterschiedlichen Karten. Da spielen wir über drei Runden. In jeder Runde decken wir solo drei Karten auf. Das ist eigentlich ein Solospiel, aber es gibt auch einen Zwei-Personen-Modus, der okay ist. Ich würde aber schon sagen, das ist eigentlich ein reines Solospiel. Da suchen wir uns eine von den drei Karten aus, die ausliegen. Je nachdem, welche Karte wir da nehmen, müssen wir entweder eine Biene bezahlen oder wir kriegen eine Biene oder nichts passiert. Die legen wir dann in unseren Garten angrenzen. Es gibt unterschiedliche Gemüse, also es gibt Tomaten, es gibt Paprika, es gibt Karotten, Radieschen etc. Die haben alle unterschiedliche, bringen unterschiedlich viele Punkte und sind unterschiedlich oft in dem Kartendeck. Außerdem werden, immer nachdem wir uns eine Karte ausgesucht haben, von den Karten, die wir nicht ausgesucht haben, entsprechend werden so Plättchen aufgedeckt von unseren ein bisschen neidischen Nachbarn. Wir haben halt sozusagen so ein Wettbewerb, dass wir in den schönsten Gemüsegarten oder in den besten, tollsten Gemüsegarten uns zusammen, ja, zusammenbauen. An jedem Ende der drei Runden wird geguckt, welcher von, bei welchem der drei Nachbarn, der vier Nachbarn, wurden die meisten Plättchen aufgedeckt und dessen Effekt wird getriggert. Und die klauen uns dann immer ein Gemüse. Und das kann ganz schön schief sein. Das Gute ist, da kann man auch so ein bisschen versuchen, also natürlich ist zufällig, welche Plättchen aufgedeckt werden. Aber wenn wir am Ende der Runde Glück haben, dass zwei Nachbarn gleich viele Plättchen aufgedeckt haben, dann streiten die sich und dann machen die gar nichts mit in unserem Garten. Und am Spielende wird halt geguckt, jedes Gemüse, was angrenzend an ein gleiches Gemüse ist, bringt Punkte. Außerdem gibt es bestimmte Kombinationen, die wir in unserem Garten ausliegen haben können. Wenn wir die erreicht haben, gibt es nochmal Bonuspunkte. Auch super schnell gespielt. Simples Spiel hat so ein bisschen schrullige, skurrile Optik. Finde ich ganz charmant. Könnte, finde ich, auch fast so ein Tim Burton oder so ein Stop-Motion-Film sein, wenn das verfilmt worden wäre oder würde. Hat viele Wertungsmöglichkeiten. Diese Nachbarn können einen auch ganz schön frustrieren, wenn man wirklich so denkt, so, uh, jetzt habe ich perfekt da meine drei Paprikas in einer Reihe für diese eine Wertungsbedingung und dann wird dir die Paprika geklaut. Da muss man echt so ein bisschen überlegen, weil die Karten haben alle so eine Vegetable Number. Meistens geht es darum, werden höhere Karten weggenommen. Es gibt aber auch Nachbarn, die klaren dir die niedrigste und da muss man echt so ein bisschen überlegen. Habe ich insgesamt fünfmal gespielt. Das ist echt so ein kleines, kniffliges Kartenspiel mit dieser skurrilen Optik. Gibt auch, ich weiß gar nicht, ob das jetzt nur, ich habe das Gebrauch gekauft, ob das nur im Grundspiel, bereits im Grundspiel ist oder nur mit Erweiterung zusätzliche Nachbarn, die dann halt unterschiedliche Bedingungen haben. Ja, einfach ein lustiges, kleines Spiel für zwischendurch auch. Dann habe ich gedacht, rede ich auch nochmal über ein Spiel, worüber ich schon häufiger geredet habe, was ich auch schon ganz häufig gespielt habe. Aber jetzt hat Cascadia den Titelspiel des Jahres gewonnen. Sehr schön, schönes Spiel, auch wenn ich mich auch über Scout gefreut hätte. Top Ten habe ich nicht gespielt. Cascadia braucht man glaube ich nicht mehr viel zu sagen. Legespiel in der Natur. Auch nach, ich habe das inzwischen 78 Mal gespielt, macht mir das immer noch super viel Spaß. Diese Mischung aus simplen Regeln, aber den unterschiedlichen Wertungsbedingungen zusammen mit diesen Szenarien. Es gibt ja 15 Szenarien da drin, die am Anfang sind die relativ easy. Da hat man halt, ne, sucht man sich fünf bestimmte Karten aus und muss dann einen bestimmten Punktewert erfüllen. In den höheren Szenarien kommen dann nochmal bestimmte zusätzliche Bedingungen dazu und manchmal auch extra Regeln, dass man bestimmte Tiere nicht auf bestimmte Habitate legen darf oder dass bestimmte Tiere angrenzend sein müssen oder dass bestimmte Habitate nicht angrenzend sein dürfen. Und das finde ich super cool. Macht mir immer noch Spaß. Ich spiele jetzt aktuell sozusagen die Szenarien ein zweites Mal durch. Ich bin auf jeden Fall glaube ich gerade bei 13 jetzt. Das heißt 13, 14, 15 habe ich noch vor mich und das wird garantiert noch etwas dauern, weil das nicht einfach ist. Ja, macht mir immer noch super viel Spaß. Ich bin gespannt, was Randy Flynn jetzt danach macht, ob eine Erweiterung zu Cascadia kommt. Ein zweiter Teil sozusagen bin ich mal gespannt. Ich freue mich auch sehr aufwürdend vom gleichen Verlag, von Flatout Games. Ja, Cascadia finde ich einfach super cool. Macht mir immer noch Spaß und werde ich garantiert noch unzählige Male spielen. Und Solo spielt es sich halt auch super flott. Natürlich gibt es da kaum Interaktion, aber das ist mir Solo halt auch egal. Dann habe ich mir auf Empfehlung aus dem letzten Podcast von Benny habe ich mir vermutlich vielleicht das letzte Spiel, was ich mir vor der Spielhöhe gekaufe oder jetzt gekauft habe. Tumble Town, das ist ein Würfelspiel im Western-Setting. Ich möchte ja gar nicht so viel sagen, weil da hat Benny in der letzten Folge ja ausführlich drüber geredet. Erinnert so ein bisschen an Sagrada. Wir bauen uns halt so eine Western-Stadt zusammen. Hat mehrere Solo-Modi, was ganz cool ist. Ich habe jetzt einmal den Solo-Modus komplett ohne Automa gespielt und den Solo-Modus mit Automa, aber ohne, dass er wertet. Da habt ihr dreimal gespielt. Benny hat ja auch schon gesagt, der Automa ist ein bisschen zufällig, habe ich auch gemerkt. Manchmal klaut der ganz viele Würfel, manchmal klaut der weniger Würfel. Und das ist echt kein schönes Spiel, aber ich mag es halt so als kurzweiliges Würfelspiel, auch mit diesem Engine-Building-Gefühl, weil je mehr Gebäude du dir aufbaust, die haben meistens dauerhafte oder immer wiederkehrende Effekte und einige bringen Punkte. Und da muss man dann echt überlegen, ja, möchte ich mir jetzt erst diese Gebäude holen, die mir Effekte bringen, aber ich möchte natürlich auch welche von diesen prestigeträchtigen Gebäuden haben, die mir vier Punkte bringen. Und das ist echt so für die Leute, die für die Roleplayer too much ist, weil das ist nochmal, Tumbletown ist simpler, also eher so im Sagrada-Bereich. Ja, cooles, cool Idee. Auch die Pläne haben unterschiedliche, es gibt unterschiedliche, es gibt vier unterschiedliche Pläne. Ich habe bis jetzt neu auf Easy gespielt. Die anderen werde ich auch mal ausprobieren. Ja, und es hat auch diesen Solo-Modus mit den unterschiedlichen Missionen und laut Benny, beziehungsweise laut dem Verlag Weird Giraffe Games sollen ja im Laufe des Jahres noch weitere Missionen kommen und da freue ich mich einfach drauf, diese Missionen durchzuspielen. Ein Roll'n'Ride habe ich da noch für diese Folge, nämlich Riverside. Das ist jetzt, ich weiß gar nicht, ob das schon ausgeliefert wurde oder bald wird. Ich weiß auch gar nicht, auf Deutsch heißt das, glaube ich, anders. Das war auf jeden Fall eine Spieleschmiede. Vielleicht heißt das irgendwie Flussfahrt oder Fluss irgendwas. Ist auf jeden Fall ein Road'n'Ride, wo wir mit einer Fähre eine Winterlandschaft entlang fahren, also einem Fluss und alles ist voller Schnee drumherum und wir fahren unterschiedliche Örtchen an und ja, wir haben unterschiedliche Boote, die wir befüllen, indem wir Würfelwerte eintragen. Ist auch relativ simpel, eigentlich hat einen relativ cleveren Würfelauswahl oder Kombinationsmechanismus, der echt Spaß macht. Sieht auch sehr schön aus, hat tolles Material für ein Roll'n'Ride und es gibt auch so Kombo-Möglichkeiten. Das ist schon ganz clever, aber das ist auch ziemlich glückslastig. Ähm, habe ich inzwischen neunmal gespielt, also kommt schon immer wieder auf den Tisch, aber irgendwie denke ich mir, das hätte irgendwie noch ein bisschen eleganter und noch runder sein können, glaube ich. Ähm, aber trotzdem macht mir Riverside Spaß. Also gerade diese Kombo-Möglichkeiten da zu überlegen, man kann im Laufe des Spiels auch, wenn man bestimmte Bedingungen erfüllt, nochmal so Fähigkeiten freischalten, was man unbedingt machen sollte und das ist schon ganz clever auch, ähm, weil am Ende bei der Wertung muss man auch bestimmte Sachen beachten und das ist eigentlich ein schöner, schöner Mix, ähm, von Roll'n'Ride. Ist so ein, ja, es ist schon auch Familienbereich, aber da nur ein Ticken komplexer. Also es ist noch nicht, noch nicht ganz schön clever Niveau, sondern drunter, aber auf jeden Fall mehr als nochmal oder Quicks oder sowas. Dann, das nächste Spiel könnte thematisch auch einfach Cascadia sein. Das ist Rainforest City. Wir bauen Ökosysteme auf, das machen wir über sechs Runden. Es gibt drei unterschiedliche Landschaften. Pro Landschaft gibt es drei unterschiedliche Flora und Fauna und im regulären Spiel spielen wir halt gegeneinander. Es gibt auch noch eine Koop-Variante und eine Solo-Variante. Koop und Solo sind eigentlich fast genau die gleichen. Das Interessante an dem Spiel ist, es gibt einerseits Landschaftskarten und es gibt andererseits Karten, auf denen halt diese Plättchen Flora und Fauna abgebildet sind in bestimmter Kombination, wie sie liegen. Und immer, wenn wir dran sind, müssen wir uns halt gucken, ähm, wir können, es gibt eine Auslage mit zwei Landschaftsplättchen, es gibt eine Auslage mit zwei von diesen, ja, Tokenplättchen und dann gibt es zwei Auslagen mit je einem Landschafts- und je einem dieser Tokenplättchen. Und diese Auswahlmechanismus, man dreht halt das Rad und je nachdem, welche Farbe man hat, ähm, muss man halt davon dann was nehmen, je nachdem, ob man aktiver oder passiver Spieler ist. Wenn man aktiver Spieler ist, muss man alle beiden Karten nehmen. Wenn man passiver Spieler ist, nimmt man sich nur eine. Im Koop-Modus und Solo kann man natürlich so ein bisschen überlegen, was passt am besten. Im kompetitiven Modus kann man auch so ein bisschen den anderen ärgern. Und dann kann man, äh, für das Koop bestimmte und für Solo und Koop, da funktioniert es genau gleich, bestimmte Ziele muss man erfüllen, um das Spiel, ähm, zu gewinnen. Koop baut jede Person die, sozusagen ein eigenes Ökosystem. Solo baut man zwei Ökosysteme und muss dann versuchen, da unterschiedliche Aufträge zu erfüllen. Sieht super schön aus, ist ganz schön clever, ist aber auch echt herausfordernd oder glückslastig, je nachdem, wie man das sieht. Das macht mir aber echt Spaß. Es ist halt über diese sechs Runden super schnell gespielt, was auch, ja, es ist auch ein bisschen fast frustrierend, aber es ist halt auch der Reiz, dass man denkt so, oh Gott, jetzt haben wir schon drei Runden gespielt, die Hälfte ist vorbei, ich habe irgendwie noch gar nichts geschafft. Und da muss man echt immer überlegen, wie platziere ich die Landschaften angrenzen? Wie hole ich mir am besten diese, diese Flora- und Fauna-Plättchen, dass ich auch da Bedingungen erfülle? Und das ist echt herausfordernd, clever, macht super viel Spaß. Kommt man, glaube ich, gar nicht so gut ran. Ich weiß gar nicht, habe ich das direkt über den Verlag, das ist auf jeden Fall ein asiatischer Verlag bestellt. Vielleicht sind die auf der Spiel, weil die haben auch noch einige andere Spiele, die, finde ich, ganz spannend aussahen. Ja, also wenn der Verlag, das ist Ori Game oder Origama, das ist ein Verlag in Singapur. Wenn die auf der Spiel sind, schaue ich mal vorbei, was da, ja, ob mich noch andere Spiele von denen ansprechen. Rainforest City habe ich inzwischen auch schon achtmal gespielt. Ja, das finde ich einfach, finde ich einfach cool. Dann als nächstes geht es mit Nations, das Würfelspiel weiter. Das ist die Würfelspiel-Version von dem großen Nations. Das habe ich auch einmal gespielt, hat mich nicht gehuckt und dann habe ich es halt wieder verkauft. Das Würfelspiel habe ich vorher gespielt, weil das irgendwie ganz gut ankam. Und das finde ich auch echt clever. Also über, wir spielen über vier Zeitalter. Zu Beginn haben wir einen relativ simplen Würfelpool. Zu Beginn wählen wir eine Nation aus und im Laufe der Partie nehmen wir uns unterschiedliche Plättchen, die unterschiedliche Kosten haben. Die bezahlen wir mit unseren Würfeln, je nachdem, was wir gewürfelt haben. Und die bringen uns dann bestimmte Effekte. Plättchen, neue Würfel, andere Würfel, Punkte. Und das ist super cool. Spielt sich auch relativ flott. Ist auf jeden Fall nicht mehr im Familienbereich, sondern einen Ticken komplexer. Hat so Custom Dice. Also das ist super cool. Es gibt halt im Grundspiel gibt es die weißen regulären Würfel. Dann gibt es so gelbe Würfel, die vor allem Gold bringen. Es gibt rote Würfel, die vor allem Kampfkraft bringen. Es gibt blaue Würfel, die vor allem Stein und Bücher bringen. Und da muss man immer so ein bisschen mit haushalten. Es gibt noch die Aufstandserweiterung. Die bringt noch asymmetrische Völker rein, was ziemlich cool ist. Also die würde ich auf jeden Fall empfehlen. Und die bringt auch nochmal eine neue Art von Würfeln rein, Aufstandswürfel. Da hat man dann noch so ein gewisses Puschelack-Element mit drin. Also noch stärker als im Grundspiel. Kann ich auch empfehlen, auch wenn ich die Würfel gar nicht so spannend finde, sondern eher diese asymmetrischen Nationen und die zusätzlichen Plättchen. Das macht auf jeden Fall ziemlich viel Spaß. Das hat natürlich auch so ein Kolonialisierungsthema. Das Gute, würde ich hier sagen, das sind aber nicht diese standardeuropäischen Völker, die man hier spielt. Also man spielt ja nicht diese, ja, der oberen Nationen, Niederlande, Portugal, Frankreich, etc. Sondern man spielt halt auch Völker wie Äthiopien, Polen kommt in Erweiterung dazu, Korea. Und auch im Grundspiel kann man irgendwie Ägypten spielen. Ich weiß nicht, ob es das Thema irgendwie dadurch besser macht. Aber es ist halt hier relativ abstrakt. Das hätte auch mit einem anderen Thema, also ich hätte es, glaube ich, mit einem anderen Thema noch schöner gefunden. Aber ich finde es hier in Ordnung und es macht halt spielmechanisch ziemlich viel Spaß. Gerade halt, wenn der Würfelpool immer, immer größer wird. Das macht halt echt Spaß, diese richtig wertigen, auch die sind nicht nur bedruckt, sondern die sind richtig graviert, diese wertigen Würfel dann zu würfeln, dann zu gucken, was mache ich mit diesem Würfelpool. Und dann kann er auch bestimmte Plättchen bekommen, wenn man nochmal neu würfelt oder die einem dauerhaft bestimmte Symbole bringen. Das macht auf jeden Fall richtig, richtig Laune. Habe ich inzwischen schon 16 Mal gespielt, kommt immer, immer wieder auf den Tisch. Habe ich auch ein paar Mal mit Rebecca gespielt, weil die findet das auch ziemlich cool. Ja, macht mir echt viel Spaß. Nations das Würfelspiel und auch die Aufstanderweiterung finde ich auch ziemlich cool. So, und das nächste Spiel hat ein etwas skurriles Thema. Es geht eigentlich darum, dass sich Anime Girls prügeln. Klingt super trashig, klingt vielleicht so ein bisschen nach Dead or Alive, dieser Videospielreihe, wo sich leicht begleitete Frauen auf die Mütze geben. Ganz so schlimm ist es hier nicht. Das Spiel ist Bullet Heart oder Bullet Herzchen, wie der gute Peter von 1 Spiel das genannt hat. Und von dem habe ich das auch, weil da kommt man super schwierig ran. Und das ist ein, ja, wie beschreibt man das? Beschreibt man das? Das ist ein Push-Your-Luck-Puzzle-Spiel, wird so als Shoot-Em-Up beschrieben. Wir suchen uns halt zu Beginn der Partie 1 diese eine dieser Charaktere aus. Das sind halt alles Frauen in so einem Anime-Look, die alle so eine, ja, auch theoretisch, die haben alle eine Hintergrundgeschichte. Also das halbe, die halbe Anleitung besteht einfach nur auf so Charts zu den Charakteren, wo dann steht, wie alt sie sind, wie groß sie sind, wo die herkommen, was sie mögen, was sie nicht mögen. Und alle haben so eine Hintergrundgeschichte. Das ist ein bisschen lustig. Und wir haben einen Beutel. Also theoretisch, das ist kein Backbuilding, weil wir, also, ne, wir bilden uns nicht diesen Beutel, sondern aber wir platzieren halt Token in den Beutel und die ziehen wir dann da raus und die werden dann auf unserem Plan platziert. Die haben wir in fünf unterschiedlichen Farben und in vier unterschiedlichen Stufen und je nachdem, welche Farbe, welche Stufe die haben, werden die auf unserem Plan platziert. Und im regulären Spiel wollen wir dem Gegner auf die Mütze geben. Also wir haben dann so bestimmte Pattern-Karten. Wenn wir da bestimmte Kombinationen an Plättchen auf unserem Plan erfüllt haben, können wir die ausspielen und dann können wir welche von diesen Token clearen, heißt das. Also wir werden dann sozusagen von unserem Plan erfüllt und theoretisch dem gegenüber in die Fresse gehauen. Keine Ahnung. Und Solo gibt's einmal so einen Highscore-Modus, den ich zweimal gespielt hab, der ganz nett ist. Aber das Coole eigentlich, und das kann man sowohl Koop als auch Solo spielen, ist der Boss-Battle-Modus, wo man dann gegen die Rückseite einer der Charaktere spielt, die dann immer bestimmte Bedingungen haben. Und dann schiebt man diese Bullets, diese Plättchen dem Gegner hin und die haben immer bestimmte Effekte und das wird immer schwieriger und das ist ziemlich cool. Und genau, bevor ich jetzt nochmal sage, was ich von dem Spiel halte, übergebe ich einfach mal an Peter, weil den habe ich gefragt, ob er mir eine kleine Sprachnachricht aufnimmt, was ihn einerseits an dem Spiel gefallen hat, aber andererseits, warum er es mir verkauft hat. Also hören wir da nochmal rein. Hallo Johannes. Du hast gesagt, du nimmst eine Folge über Bullet-Herzchen auf und würdest dich über eine kurze Sprachnachricht von mir freuen. Und zwar waren deine Fragen, was gefällt mir an Bullet-Herzchen und warum habe ich es dir verkauft? Also, was gefällt mir an Bullet-Herzchen? Und zwar einmal, es ist ein Spiel mit Boss-Battles und Boss-Battles mag ich irgendwie sehr gerne, weil das halt irgendwie eine interessante Spannungskurve immer ist und so ein häufig interessantes Finale ist dann, wenn man dann am Ende gewonnen hat. Was ich dann auch mag, sind sehr viele sehr unterschiedliche Charaktere und was ich hier halt auch cool finde, dass diese Charaktere aber auch gleichzeitig die Bosse sind. Also, weil dann so den Bezug zwischen der Spielart des Charakters und der Spielart des Bosses hat und da die Parallelen erkennen kann. Es ist irgendwie cool, das da drin zu entdecken. Ja, was mir auch gefällt ist, dass die alle Charaktere weiblich sind, weil das ist einfach immer nach wie vor immer noch ein Statement und das ist sehr schön. Und ja, mechanisch gefällt mir halt eben Musterpuzzeln, finde ich, macht Spaß und auch dieses Push-Your-Luck-Element. Kann ich jetzt noch ein Token aus dem Beutel ziehen oder nicht, weil vielleicht kommt das ja genau in die richtige Position, dass ich jetzt die Bullet nicht verschieben muss. Kann ich mir das leisten so? Und ja, das ist irgendwie eine coole Kombi. Warum habe ich es trotzdem verkauft? Also bleiben wir kurz bei diesem letzten Punkt, bei diesem Push-Your-Luck. Ich habe mich öfter dabei erwischt, dass ich dann was aus dem Beutel gezogen habe. Das ging voll in die Hose und ich habe das einfach wieder reingeworfen und nochmal gezogen. Also es hat mich so ein bisschen zum Schummeln irgendwie angeleitet, beziehungsweise dass ich in der Situation war, es hat sich irgendwie komisch angefühlt, jetzt so konservativ zu spielen und nichts weiterzuziehen. Das hätte ich aber auch blöd angefühlt, da so dann deswegen zu verlieren, nur wenn man jetzt das falsche Ding aus dem Beutel gezogen hat. Und so dieser Konflikt, dass sich beides für mich nicht super gut angefühlt hat. Das Zweite ist, mir ist es zu lang, muss ich sagen. Also als ich das jetzt letztens noch mal gespielt habe, hatte ich am Anfang Spaß und dann hatte ich aber dann in dem Boss, dann war das vielleicht auch einer, wo man so ein bisschen länger durchhalten muss. Die meisten Bosse sind ja häufig schon so fünf, sechs Runden lang und ich habe immer so das Gefühl, nach drei, ne sagen wir mal nach vier Runden habe ich eigentlich genug, wenn das Deck dann einmal durchgeht. Das wird anderen anders gehen, aber mir ist das mal einen Tick zu lang. Also dadurch verliert es so ein bisschen irgendwie so diesen Bullet-Hell-Charakter, dass es irgendwie so ein schnelles Reagieren ist, sondern auch so ein langes Durchhalten eventuell. Dann, es hat ja Manga-Style und ich muss sagen, Manga ist leider nicht so mein Ding. Ich bin noch nicht so zufrieden. Da gibt es auf jeden Fall am Ende so ein Bild in der Anleitung, wo ich so denke, das ist einfach so unnötig, wo in der Zeichnung extra eine Perspektive genommen wird, dass man eher so den, ich glaube, da kann man unter den Rock sehen oder man sieht auf jeden Fall so den Po so auf jeden Fall voll im Zentrum und so von unten. Ähm, weiß nicht, ist keine Darstellung, die ich irgendwie ansprechend finde. Ähm, genau. Dann hatte ich noch so das Gefühl, Multiplayer hat es mir nicht so gut gefallen. Und zwar Multiplayer habe ich da mit jemandem gespielt und dann ist das ja mit Player Elimination. Also wenn man da einen Fehler macht, dann ist man raus. Und dann die Situation, okay, spielt man jetzt noch die Partie weiter als einzelne Person? Balanciert dafür ist es. Aber ich habe ja gesagt, das ist sowieso ein bisschen für mein Gefühl zu lang. Und dann kann es sich auch noch langziehen, dass man alleine spielt. Also wir haben dann einfach aufgehört und dann ist halt so das Gefühl, ähm, dass eine Person sich denkt, ich war schuld, dass, äh, wir verloren haben. Es ist nicht wie in anderen kooperativen Spielen dann, wo man so denkt, ja, unsere gemeinsamen Entscheidungen haben irgendwie, äh, zur Niederlage geführt. Sondern es ist ganz klar, eine Person, ähm, war jetzt in dem Sinne das schwächste Glied. Und das finde ich, macht in kooperativen Spielen keinen Spaß. Genau, dann stand ich letztens vor der, äh, irgendwie vor der Entscheidung, kaufe ich mir eine Erweiterung oder verkaufe ich's? Und ja, dann habe ich auch immer drüber nachgedacht. Also die Kritikpunkte werden gleich durch Erweiterung für mich nicht abgefangen, so, ähm, die sehen ja auch andere nicht mehr. Und dann habe ich mir gedacht, verkauf's lieber an eine Person, die mehr Freude damit hat, ähm, weil das ja insgesamt auch gut ankommt. Und, ja, äh, meine Kritikpunkte, glaube ich, halt viel mit mir zu tun haben und nicht unbedingt eine Kritik am Spiel an sich sind, also die mechanischen Hinweise. Ja, das waren meine Gründe, warum ich das gut finde. Nicht super, aber gut. Und warum ich's, äh, gerne verkauft hab an dich, der, so wie ich das mitbekommen hab, das nochmal besser findet als ich. Und das freut mich. Ähm, ja, ich hoffe, das war nicht zu lang. Und die Qualität ist okay. Bis dann. Tschüss. Ja, vielen, vielen Dank, Peter. Hm, wo gehe ich als erstes drauf ein? Vielleicht so auf die Kritikpunkte. Ich kann das voll verstehen mit dem Manga-Anime-Style, ne? Das ist ja grad bei vielen, äh, also, ne, keine Ahnung, in meiner Jugend, ne, meiner, doch, meiner Jugend lief auf RTL 2 die ganze Zeit Naruto, äh, One Piece. Und auch da war es ja so, dass Frauen übel sexualisiert werden. Also, wenn ich an One Piece denke, was für kurze Rücke und Oberteile da Nami und Robin und Co. haben und die Taille ist, keine Ahnung, dünn wie sonst was und die Brüste und Ärschle sind riesig, das ist schon absurd. Hm, kann ich voll verstehen, das mag ich auch nicht. Also, ich mag Anime-Filme gerne, die aber eher in so ne, also die, die Studio-Ghibli-Filme mag ich super gerne von Hayao Miyazaki oder wenn, ähm, googelt vielleicht mal Mamoru Hosada oder Makoto Shinkai, die wirklich tolle Anime-Filme drehen, die unglaublich toll aussehen, bei denen dieser Fanservice so nicht vorkommt. Ähm, also, da krass Empfehlung für Leute, die da mal so ein bisschen reinschnuppern wollen, abseits diesem sehr klischeehaften Anime und es gibt safe auch in, bei Anime-Serien, welche, bei denen es diesem Fanservice nicht geht. Bei Anime-Serien bin ich nicht so tief drin. Es gibt halt nicht nur diesen super überdrehten Anime-Style, der hier ja auch schon bedient wird. Ich kann das verstehen. Mich stört das noch nicht so sehr. Muss ich vielleicht mal gucken, wie es sich bei weiteren Partien anfühlt oder wie das bei der zweiten Grundbox und oder der Erweiterung ist. Ich kann das aber voll verstehen als Kritikpunkt. Das mit dem Koop-Modus, ja, finde ich auch super kurios. Also, ich habe jetzt zweimal Koop mit Rebecca und einmal mit Peter aus dem Brettspiel-News-Team Koop gespielt. Da war das so, dass, glaube ich, wenn eine Person gestorben ist, also wir haben es, mit Peter haben wir es ganz knapp geschafft. Da bin ich, glaube ich, in der letzten Runde gestorben und er hat es dann direkt geschafft. Da war das okay. Aber das kann ich verstehen. Ich glaube, ich würde auch einfach wahrscheinlich wie du, wenn eine Person stirbt und es irgendwie absehbar ist, dass es noch länger geht, würde ich einfach neu anfangen oder halt aufhören. Das ist nicht so elegant gelöst, finde ich auch. Da könnte man einfach sagen, hört man direkt auf, weil dann macht es halt keinen Spaß mehr, wenn andere dann noch weiterspielen sollen, während andere eben nichts mehr machen können. Genau, zu lang, das hatte ich bis jetzt noch nicht. Also, ich habe jetzt zehn Partien gespielt und wie du halt sagst, bei dem was cool ist, ich bin echt begeistert, wie unterschiedlich sich die Charaktere anfühlen. Also, ich habe am Anfang fängt man halt mit diesen, es gibt drei, vier Standardcharaktere und dann halt ein paar Charaktere, die komplexer sind. Und die Standardcharaktere spielen sich noch relativ, ich sage mal in Anführungszeichen, konservativ, was dieses Spielprinzip angeht, was auch im Endeffekt super simpel ist, aber echt clever ist. Und das hat dann Spaß gemacht und auch die Bosse spielen sich unterschiedlich und dann kommen halt diese komplexeren Charaktere, die zum Teil ganz unterschiedlich diese Bullets clearen und ganz unterschiedliche Karten und Effekte haben. Und das finde ich so cool und spannend, das alles auszuprobieren, die unterschiedlichen Charaktere da zu nehmen und gegen die unterschiedlichen Bosse zu triggern, die auch die Bosse, die halt alle unterschiedlich sich spielen. Und das finde ich wirklich das Coole daran. Da erinnert es vielleicht so ein bisschen an Spirit Island, natürlich mit deutlich weniger Komplexität oder auch so ein bisschen Eons End, wo halt die Bosse sich auch alle unterschiedlich spielen. Und bei Spirit Island halt sich die Geister alle unterschiedlich spielen. Und das finde ich super cool. Und da habe ich echt Bock, die alle auszuprobieren in unterschiedlichen Kombinationen. Und ich habe jetzt bereits schon, kann ich voll verstehen, wie du sagst, irgendwie man will die Erweiterung, man möchte noch mehr. Also ich finde, da sind schon viele drin und das ist schon super viel Abwechslung auf lange Sicht drin. Aber ich habe jetzt auch schon Lust, irgendwie noch mehr davon auszuprobieren. Aber es ist halt ja auch dieses Spirit Island-Problem-Phänomen oder auch bei Eons End. Ich möchte irgendwie alle Bosse haben, ich möchte alle Geister haben, ich möchte alle RissmagierInnen haben. Selbst wenn ich sie dann gar nicht so häufig spiele. Also theoretisch wird ja das Grundspiel Eons End oder auch das Grundspiel Spirit Island schon reichen. Und damit kann man unzählige Partien spielen. So ist es hier auch. Also hier kann man, finde ich, auch sehr viele Partien mit dem Grundspiel Spaß haben. Trotzdem möchte ich jetzt irgendwie auch mehr haben. Was ich ganz cool finde, oder das ist vielleicht Kritik am Grundspiel wahrscheinlich, du hast mir das ja direkt mit diesen Deluxe Holz Bullets, verkauft. Die machen das schon ziemlich cool. Und ich glaube, wenn man nur die Papptoken aus dem Beutel zieht, dann ist das nicht so cool. Also diese Wertigkeit, dieser Deluxe Token bringt dem Spiel auf jeden Fall nochmal mehr, ja, mehr Boni sozusagen obendrauf. Achso, und genau, was du noch gesagt hast mit diesem Push Your Luck, das kann ich voll verstehen. Bis jetzt war ich immer noch so diszipliniert, dass ich nicht dann sozusagen die wieder reingemacht habe, aber ich kann das verstehen. Man will halt, wie du sagst, man will nicht konservativ spielen, weil das ist irgendwie langweilig, aber man ist frustriert, wenn es dann schief geht. Das heißt, man muss dann wirklich immer haushalten irgendwie mit den Aktionspunkten, die man einsetzen kann, um die Aktionen zu triggern oder vorher eine Pattern spielen. Und dass das irgendwie klappt und das ist schon echt spannend. Ja, also ich bin wirklich, vielen Dank, dass du es mir jetzt verkauft hast. Also ich glaube, man hört das, ich bin aktuell ziemlich begeistert davon, habe das immer wieder gespielt. Ich habe auch gefühlt, nachdem ich es dann das erste Mal gespielt habe, innerhalb von drei Tagen, glaube ich, sieben Partien gespielt und dann immer wieder auf den Tisch gebracht. Und ich habe jetzt schon direkt wieder Bock, eine Partie zu spielen, falls Solo sich halt auch relativ flott spielt. Ich spiele es halt auch relativ aus dem Bauch heraus. Ja, ich finde es richtig cool, ist super schade, dass man da so schwer drankommt. Ich habe auch schon geguckt, also natürlich kann man auch bei Level 99 Games, dass der Verlag die Erweiterung und die zweite Grundbox bestellen. Aber es ist halt mit Versand und so schon irgendwie happig. Ich weiß gar nicht, ich glaube nicht, ich weiß, ich glaube, das war so, dass die nicht auf dem Spiel sind. Mal schauen, wie, ja. Ich werde es auf jeden Fall noch ein paar Mal spielen und wahrscheinlich, wenn ich dann nachhaltig so begeistert bin, wie ich aktuell bin, dann werde ich mir wahrscheinlich irgendwie die Erweiterung und die Grundbox holen und dann mal schauen. Ja, also Bullet Heart, Bullet Herzchen macht mir aktuell super viel Spaß. Ich finde, ja, trotz dieses sehr überzogenen Anime-typischen Optik, habe ich da richtig Bock drauf. Andererseits ist es halt auch ein unverbrauchtes Setting. Also ich bin bei Peter, diesen Fanservice, diese Sexualisierung der zum Teil auch sehr jungen Charaktere, hätte es nicht gebraucht und finde ich auch doof. Andererseits, also nicht andererseits, was die Sexualisierung angeht, aber so ein überdrehtes Anime-Setting finde ich halt dann schon wieder cool, weil die auch alle ganz unterschiedlich sind. Da ist auch eine Person im Rollstuhl dabei, da sind ganz aus unterschiedlichen Nationen, Alterstufen, alles Mögliche dabei. Natürlich halt in dieser sexualisierten Anime-Optik, aber ich mag dieses Anime-Setting und das würde ich mir, glaube ich, in mehr Brettspielen, die mir gefallen wünschen. Es gibt, wahrscheinlich gibt es auch andere Brettspiele, die das Setting haben, aber wahrscheinlich nicht in dem Bereich, die ich sonst so spiele. Ja, Bullet Heart finde ich super, super cool, kommt hier aktuell immer wieder auf den Tisch, habe ich richtig Bock drauf aktuell, weil es sich auch so frisch anfühlt. Weil irgendwie so eine Art von Spiel, ja finde ich jetzt schwer vergleichbar. Ich weiß nicht, müsste ich vielleicht nochmal mit Peter schreiben, was ihm so einfällt, was da so, ja was sich ähnlich anfühlt. Ziemlich cool. Dann machen wir mit einem Spiel weiter, was wirklich wunderschön aussieht, weil es von Vincent Dutré illustriert ist, nenne ich Tenpenny Parks. Da puzzeln wir uns einen Freizeitpark zusammen, aber das ist gar nicht so sehr ein Puzzlespiel, wie ich am Anfang gedacht habe und finde ich auch Thema und Optik das implizieren, sondern das ist eher so ein Worker-Placement- und Ressourcen-Management-Spiel. Es wird über fünf Runden gespielt, wir können unsere Worker einsetzen, um neue Attraktionen uns zu kaufen, um Bäume auf unserem Parkgelände zu entfernen, um unser Parkgelände zu erweitern und noch ein paar andere Dinge. Und die Attraktionen haben alle unterschiedliche Kosten und haben unterschiedliche Themen. Es gibt Sci-Fi, es gibt Western, es gibt irgendwie Unterwasser und die bringen, die haben bestimmte Symbole und die bringen dann nochmal auf diesen Symbolen, gibt es drei Tracks und je mehr man weiter vorne ist, desto besser ist das. Und was ganz spannend ist, normalerweise puzzelt man ja so, dass man das gewohnt, Patchwork und Co., dass man angrenzend macht und am besten möglichst geschlossene Flächen baut. Hier ist das genau andersrum. Die Attraktionen dürfen sich nicht orthogonal, also an den Seiten berühren und allein das ist schon so weird und lustig, das finde ich super cool. Dann sieht das wirklich unglaublich schön aus. Also ich bin, ja, also ich finde die Vincent Dutre-Spiele auch schön, aber wenn es nicht so der riesigste Fan davon hier, würde ich sagen, das sieht unglaublich fantastisch aus. Das ist so schön gestaltet und zusammen mit dem Spielmaterial, also das sieht unglaublich wertig, unglaublich hochwertig, super schön aus. Das hat hier, finde ich, ähnlich wie bei The Guns, dann auch das Problem, das Spiel dahinter ist dann doch simpler als man erwartet und auch für den Preis bei Thunderworks, ich glaube es kostet so 60 Dollar, 50 Dollar, ist es, also materialtechnisch und so ist es auf jeden Fall wert. Also es sieht wirklich fantastisch und schön aus, aber das Spiel dahinter ist dann doch simpler als man eigentlich denkt und es ist auch mangeliger als man denkt. Also ich habe halt auch gedacht, Tenpenny Parks, das wird bestimmt so ein schönes Puzzle-Plättchenlegespiel, wo wir halt schön uns einen Freizeitpark zusammen puzzeln. Das ist es aber gar nicht. Es geht viel mehr um das Haushalten der begrenzten Ressource, das ist hier Geld. Und da immer zu überlegen, mit dem Geld kann man einerseits, muss man einerseits neue Attraktionen kaufen, andererseits gibt es in jeder Runde so eine Phase, wo wir mit dem Geld, je nachdem wie viele Attraktionen wir haben, uns Punkte kaufen können. Und da muss man immer so ein bisschen überlegen und haushalten. Das ist super spannend, aber fühlt sich dann halt nicht an wie so ein angenehmes, nettes Puzzlespiel à la Cascadia und Co. Das muss man auf jeden Fall wissen, wenn man Tenpenny Parks spielt. Habe ich bis jetzt viermal gespielt, zweimal Solo, zweimal zu zweit. Es hat einen Automa, der super easy zu steuern ist, das ist nicht das Problem, aber ich finde den ganz schön hart. Also der hat mich beide Male vernichten geschlagen. Vielleicht muss ich da auch echt nochmal weiter reinkommen und in dem Spiel, was die Komplexität angeht, steckt mehr drin, als ich aktuell denke. Aber ich finde den schon ziemlich herausfordernd. Hesi hätte da vielleicht seinen Spaß dran an dem herausfordernden Automa. Ja, Tenpenny Park, super schönes Spiel, aber kein nettes, fluffiges Puzzlespiel, wie man vielleicht erwartet. Und dann als letztes möchte ich über diesmal laut Boardgang wie über das komplexeste Spiel reden. Das ist Gutenberg, wie der Titel schon andeutet. Buchdruck ist das Setting, ist aber eigentlich relativ abstrakt. Wir spielen das über sechs Runden. Es geht so um Ressourcenmanagement. Es hat einen Beatmechanismus, gibt unterschiedliche Effekte, die wir triggern können. Und am Anfang kriegt man auch so einen Charakter, die so ein bisschen asymmetrische Startfähigkeiten bringen. Das ist so auf Kennerinnenniveau. Das ist super rund, da funktioniert alles, hat schönes Material. Das hat so Holz, Holztoken, die auch wirklich so, ja, theoretisch zum Druck geeignet sind. Auch irgendwelchen Gründen gibt es nur A, I, O und U. Warum auch immer, kein Plan. Das ist irgendwie ein tolles Material. Wir haben auf unserem Spielplan, können wir so Zahnräder drauf platzieren, die wir drehen können und dann unterschiedliche Effekte triggern können. Das funktioniert alles, das ist super rund. Und es hat auch die Partien, ich habe es einmal mit Rebecca zu zweit gespielt und zweimal Solo, das hat Spaß gemacht. Und irgendwie denke ich mir jetzt, wo ich gerade darüber rede, könnte ich es auch durchaus wieder spielen. Hätte ich irgendwie Lust drauf, aber es war irgendwie unspektakulär. Also es hat gar nichts falsch gemacht, aber es hat auch irgendwie zu wenig neu und toll gemacht. Ich habe es inzwischen wieder verkauft, deswegen kann ich es jetzt nicht spielen. Weiß ich nicht, ob ich nicht irgendwann da wieder Lust drauf gehabt hätte, wahrscheinlich, aber ich habe mir dann auch gedacht, so häufig spiele ich das nicht. Und da gibt es irgendwie viele andere Spiele, die doch irgendwie spannender, spektakulärer, cleverer, innovativer sind als Gutenberg. Also es ist einfach ein gutes Spiel, was nichts falsch macht und es würde jederzeit mitspielen, wenn es irgendeine Person vorschlägt. Aber ich würde es, glaube ich, einfach zu selten auf den Tisch bringen und deswegen habe ich es verkauft. Das hat Solo kein Automa, also es gibt einen Highscore, aber von der Auslage, es gibt halt so unterschiedliche Plättchen und Karten, die einem weggenommen werden können. Und da wird auch immer, kann einem ein bisschen was weggenommen werden im Solo-Modus, aber ganz easy zu steuern. Ja, es ist einfach ein schönes Rundespiel, was einfach zu unspektakulär ist, finde ich. Also dass mich das irgendwie nachhaltig begeistert hat. Das ist eigentlich schade, weil es funktioniert und es hat auch Spaß gemacht zu spielen, aber nicht genug, als dass ich es dann doch behalten wollte. Genau, das waren jetzt 15, beziehungsweise eigentlich mit The Gardens und A Walk in the Park waren das sogar 16 Spiele, über die ich kurz und knapp geredet habe. Über Bullet Heart ein bisschen ausführlicher, auch dank Peter. Vielen, vielen Dank. Genau, ich hoffe, ich habe, genau, ich hoffe, die Folge hat euch Spaß gemacht, habe euch wieder einige Eindrücke zu den Spielen gegeben. Vielleicht findet ihr jetzt einiges davon interessant oder anderes merkt ihr, boah, nee, ist gar nichts für mich. Genau, und dann viel Spaß beim Spielen und ich bin schon ganz gespannt, was auf der Spiel alles Tolles für Solo-spielbare Spiele erscheinen. Vielen Dank fürs Zuhören, hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao! Vielen Dank, dass du den Brettspiel-News-Podcast gehört hast. Folg uns gern auf Facebook, Instagram und oder Twitter. Wenn du dich mit anderen Spielebegeisterten austauschen möchtest, schau auch auf unserem Discord-Server vorbei. Wir würden uns natürlich auch sehr über eine positive Bewertung bei Apple Podcast und Spotify freuen und auch gerne auf Feedback bezüglich unserer Folgen und oder Wünsche, was Gästinnen und Gäste angeht.